Hallo, Nico hier von Leicom Versicherungsmakler. Heute beschäftigen wir uns mit der Riester-Rente bzw. dem großen Riester aus, das uns 2022 droht, genau gesagt zum 1.1. Wieso das Ganze? Zum 1.1. wird der Höchstrechnungszins von 0,9%, der aktuell eben verrechnet wird, auf 0,25% herabgesenkt. Das heißt, die Versicherer, die Banken, die Investmentgesellschaften, die Vorgesellschaften müssen mit weniger Zins rechnen, dürfen mit weniger Zins rechnen bzw. eigentlich müssen das richtige Wort. Und somit wird für die Gesellschaft natürlich dieses Riester-Produkt immer unattraktiver. Letztendlich muss die Gesellschaft immer schauen, dass erstens mal die Beiträge garantiert sind, das ist staatlich vorgeschrieben und somit kannst du eigentlich nicht in Risiko gehen. Und das heißt, du kannst nicht in Fonds, in Aktien, in ETFs usw. investieren, weil letztendlich dort immer ein Verlust droht. Da du aber gesetzlich dazu verpflichtet bist, die eingezahlten Beiträge garantiert zum Rentenbezug dann auszuzahlen, dann musst du natürlich dementsprechend mit den Zinsen rechnen, die aktuell in diesem Niedrigzinsumfeld eben verrechnet werden dürfen. Und das ist ab dem 1.1.2022 eben diese 0,25%. Und dass das für die Versicherer natürlich immer unattraktiver wird, denn schließlich müssen zum Beispiel Vertriebskosten gezahlt werden oder auch Verwaltungskosten fallen an. Das heißt, es ist wenig Gewinn zu erzielen mit diesen 0,25%. Die Kosten fressen einen auf. Dazu kommt noch die Inflation. Wir Beitragszahler wollen natürlich dann eine Garantie auf unsere eingezahlten Beiträge. Und allein diese Punkte schon nebeneinander gestellt, zeigen eigentlich ganz deutlich, wenn ein Gesellschafter das mal mit dem Spitzenbleistift durchrechnet, das ist ein Minusgeschäft. Und deswegen wird von den Gesellschaften, zum Beispiel die DWS hat es jetzt eingestellt, die Stuttgarter stellt es ein, die Condor ist auch dabei. Und mittlerweile in den Fachzeitschriften liest man auch, dass Banken auch dieses Produkt einstellen. Und spätestens 2022 wird der Markt sehr dünn werden. Das heißt, wenn du einen Riester-Sparplan hast, einen Riester-Vertrag hast für die Altersvorsorge, dann wird es natürlich ganz schön eng, wenn du zum Beispiel jetzt mit deinem Vertrag unzufrieden bist. Jetzt kannst du aktuell noch zu einem anderen Gesellschafter wechseln. Das ist kein Problem. Du kannst also deine eingezahlten Beiträge, die Zulagen etc. kannst du zu einem neuen Anbieter transferieren und kannst dort einfach weiter besparen, weil der einfach bessere Konditionen anbietet. Das Problem an der ganzen Sache ist, dadurch, dass sich jetzt immer mehr Gesellschaften vom Markt verabschieden, ist natürlich dann die Möglichkeit ab 2022 nicht mehr gegeben zu wechseln, weil einfach keiner mehr diesen Riester-Vertrag anbietet. Das heißt, du stehst dann mit deinem Vertrag da. Das heißt, da ist natürlich dann guter Rat teuer. Entweder du stellst diesen Vertrag dann einfach beitragsfrei. Das heißt, du besparst diesen Vertrag nicht mehr aktiv. Beziehungsweise du kannst natürlich kündigen. Das bringt natürlich wieder Kosten mit sich. Das heißt zum Beispiel, du musst Steuervergünstigungen oder Zulagen auch zurückzahlen. Das ist natürlich dann immer der Worst Case. Das heißt, Beitragsfreistellung ist da immer der erste Schritt, den man machen kann. Beziehungsweise der zweite Schritt, wenn man überlegt, ob der Riester-Vertrag überhaupt noch eine günstige bzw. eine optimale Altersvorsorge bieten kann, dann muss man unbedingt den Vertrag checken. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Da können wir uns gerne über deinen Riester-Sparplan, über deine Riester-Altersvorsorge unterhalten. Ob dieser Vertrag gut zu dir passt, ob das als Altersvorsorge für dich geeignet ist, ob du deine Ziele damit erreichen kannst oder ob wir eben diesen Beitrag freistellen sollten. Und zum Beispiel dann einen anderen Altersvorsorge-Sparplan etc. pp. abschließen sollten, damit eben einfach für dein Alter vernünftig vorgesorgt ist und du dementsprechend auch Gewinne erzielen kannst, die dir dann natürlich im Rentenbezug zugutekommen. Prinzipiell kann ich von meiner Warte aussagen, ich lehne Riester nicht ab, aber natürlich muss es auf die jeweilige Lebenssituation passen. Das heißt, anfänglich wurde natürlich ein Altersvorsorgeprodukt erschaffen, das idealerweise für natürlich eine riesenbreite Masse taugt. Und da wurden auch diese Verträge wie geschnitten Brot verkauft, 16,5 Millionen jetzt an der Zahl, wobei die meisten davon mittlerweile beitragsfrei gestellt sind, nicht mehr aktiv bespart werden und dementsprechend nur noch brach liegen. Einige werden noch bespart und 800.000 Beitragssparern, Beitragszahlern geht es mittlerweile so, dass sie regelmäßig die Zulagen usw. zurückzahlen müssen, weil sie eben nicht 4% von ihrem Einkommen dort einsparen und dementsprechend bekommst du erstmal zwar die Zulagen eingezahlt, aber dann später, wenn du es natürlich erklären musst, was genau du verdient hast, ob 4% dann wirklich der Beitrag auch waren. Und wenn das nicht der Fall ist, musst du natürlich dementsprechend die Zulagen auch wieder zurückzahlen. Also ihr seht, man muss auf jeden Fall ganz genau gucken, ob der Riester-Vertrag auch weiterhin ein gutes Produkt ist für dich, ob es in deine Lebenssituation passt und ob du deine Ziele damit erreichen kannst. Es gibt natürlich Alternativen, diese kann ich dir ganz genau zeigen im persönlichen und kostenlosen Beratungsgespräch. Meine Kontaktdaten findest du, wie gerade eben schon gesagt, unten in der Videobeschreibung. Da können wir uns dann zusammensetzen und genau das Richtige für dich finden bzw. gegenchecken, ob dein Riester-Vertrag auch wirklich eine gute Sache für dich ist oder ob wir da handeln sollten. Die Bundesregierung hat versprochen, in dieser Legislaturperiode eigentlich dort bei den Riester-Verträgen wieder anzugreifen, ein günstiges Umfeld zu schaffen, eventuell von dieser 100%igen Beitragsgarantie auf 90% runterzugehen. Der Gesellschafter hätte dann zum Beispiel die Möglichkeit, 10% von den Beiträgen zu nehmen und zum Beispiel in Aktien zu investieren und dort eben Gewinne zu erwirtschaften, die jetzt aktuell eben nicht möglich sind. Aber leider wurde das nicht gemacht und somit ist das Riester-Produkt als Altersvorsorge natürlich zusehends unattraktiver geworden. Es gibt Situationen im Leben, für die ist die Situation Riester, die Situation der Altersvorsorge mit dem Riester-Sparplan einfach eine gute Sache. Vor allem, wenn man Kinder hat und dementsprechend dann die Zuschüsse für die Kinder bekommt, ist es eine ganz gute Sache. Aber auch da muss man ganz genau hingucken, ist es wirklich eine gute Situation, ist es wirklich eine gute Sache als Altersvorsorge oder sind da andere Altersvorsorge-Produkte einfach wirklich lukrativer. Mit einem spitzen Bleistift gerechnet tendiere ich wahrscheinlich eher zum zweiten, aber ich verurteile natürlich Riester nicht. Da gibt es auch auf jeden Fall sehr, sehr gute Verträge, die sich auf jeden Fall lohnen, weiter bespart zu werden. Das war es kurz und knapp zum eventuellen Riester aus. Meines Erachtens nach definitiv 1.1.2022, der Stichtag. Dort werden sich eine Mehrzahl von Gesellschaften verabschiedet haben und alle anderen werden dann im Verlauf des nächsten Jahres auf jeden Fall definitiv noch folgen. Und da steht man natürlich dumm da, wenn man noch gewechselt haben möchte, wenn man eventuell sogar einen guten Vertrag noch hätte abschließen können. Das ist dann definitiv nicht mehr der Fall. Dieses Produkt ist ein Auslaufmodell, das wird sich vom Markt verabschieden. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich natürlich immer ganz besonders und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Wie gesagt, Altersvorsorge jetzt anpacken, denn jeder Monat, den du besparen kannst, ist Gold wert, dann im Alter. Deswegen müssen wir früh anpacken, früh angreifen, Verträge checken, neue abschließen, beziehungsweise einfach mal schauen, was denn deine Ziele sind und ob die Verträge, die du aktuell hast, auch wirklich zu dir passen. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, euer Nico. Ciao.